machen wieder zusammenbauen können kino stelle bei einzelteile heraus die guten plattforms kannst du lassen die kommen nicht eigentlich noch mal mit hier weil soo stammert upgrade als über 1000 pixel willst du mich verarschen ja muss ich auch wieder geben dass ich mir das machen kann ok muss erst mal ein bisschen einschmelzen hier so was brauchen wir noch titanium bars haben wir jetzt mit gar keine so ich schmelze dann gleich auch noch mal wird eine für mich auch gut du machst gerade für dich ich lass gerade mal durchreiten ja ja doch die pixel hast du denn die vierhundertfünfzig die hundertfünfzig ja ich mach das gleich für uns beide dann ok ja gut dann lieber muss doch nicht extra kraftnummer der einzelne oder m nö das karten upgrade kann jeder kraften er hat kraft und muss das ja einmal für dich kraft nun nicht einmal für mich ich kann das doch doch hinwerfen ach so ja das reicht so new blueprints available plopp und hier ist deins so dann gehe ich da mal kurz vor mir einsetzen so titanium bars zack platinum die zehn ja komm weg damit so das war eine brutale schlacht hier kann ich dir sagen auf jeden fall war das heftig wo wir das hier in 30 draußen kisten na egal ah die kisten räume ich irgendwann mal auf hier so ah nein warte mal komm das kann man mitnehmen da haben wir eine kiste für so also ich hab schon mal verwendet mein upgrade ja hast du genügend treibstoff zum pflegen ähm ich hab noch 82 fuel alter delta hehehehe jaaa das äh das äh ähm 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 meinste ja ja wie können wir denn hier oh hm 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 ja ja warte mal warte mal warte mal ich will gerade mal noch schnell was gucken so äh 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 ähm ja mal besser bewusst so am raften an ja ach guck mal saater äh was ist das denn hattest du nicht vorhin gesagt du wolltest ne waffe mit 100 dps ja sehr schön jetzt hab ich sogar zwei dps hm 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 hier gibt es auch eine Äh, two-handed, 133, aber die ist saulahm. Äh, guck mal, dann nehme ich lieber hier die ganze Stecken. So, Rüstung, was können wir denn für Rüstung machen eigentlich? Weiß ich gar nicht. Du brauchst die Light, ach cool. Titanium, wo haben wir denn hier neue Rüstung? Silber? Ja, ich guck gerade, oh, die müsste dann ja unter der Stil-Rüstung stehen. Kupfer, Titanium. Ne, Titanium haben wir ja gebaut, ne? Hatte mal. Ach, ne. Scout. Ich hab noch Scout-Rüstung. Was? Ich hab ne Reboots-Rüstung. Das ist noch Steel-Rüstung. Ich hab ne Reboots-Chest-Guard. Also ich hab schon eine mit, ähm, Statium, oder ist das Steel? Titanium. Titanium ist das, ne? Steel ist die letzte Rüstung, die wir hatten. Und hier brauchen wir jetzt dann Goldrüstung und die müssen wir dann upgraden auf Titanium. Ja, also heißt das Goldfarm. Kriegen wir so viel, hehehe, ja und Titanium. Ja. Jo, dann ab auf den Planeten, ja, wir brauchen Gold, Kohle, wir brauchen alles. Achso, warte mal, hast du bei dir ein Wüstenplanet? Hier ist doch alles von dieser Giftplabber-Kacke hier. Äh, ich hab bei mir, meine ich, ja doch, das könnte sein, dass das ein Wüstenplanet ist. Guck mal. Ja. Wäre nämlich praktischer zum Farmen. Nee, African. Achso, das war der. Ja. Du hattest den Wüstenplaneten und dann sind wir überwürdigstwitscht. Aber warte mal, wir können mal eins machen. Ja. Wir können ja ein bisschen Kohle einbrennen und suchen uns jetzt einen schönen Wüstenplaneten raus. Äh, ein bisschen Holz einbrennen hier zur Kohle. Dann suchen wir uns einen schönen Wüstenplaneten und dann gehen wir nochmal jetzt ordentlich verarmen. Ja, würde ich auch sagen. Kannst du mal sehen, zu Beginn der dritten Staffel direkt mal hier Drache weg, Delta. Direkt mal den Postet gilt für die nächste, äh, für die nächste Stufe. Weiß denn, er macht sich hier noch Sorgen, da. Ja, einmal der Teil, der hat mich einmal getroffen, wie ich gesagt hab, da war fertig, ja, da war vorbei. Also reisen die irgendwo hier im Ofen? Guck mal, ich spiele wieder Dopsball hier. Huch. Titanium, Diamant, okay. Oh, Into Pixel, ne, da kann man die nicht einschmelzen, ne. Was kann man mit den alten Waffen machen hier? Keine Ahnung. Hm, ich weiß auch nicht. So, Cola. Äh. Ja, gut, ein bisschen Fuel haben wir noch drin, 161. Ja, das langt. Ich gucke jetzt auch erstmal, manche kosten auch nur 50 zum Weiterfliegen, dann können wir mal gucken, vielleicht langt das auch so. Äh, so, jetzt gucke ich erstmal, Willstenplanet. Gucken wir mal hier im selben Sonnensystem, Schnee, Desert, Snow, Snow, Moon. Oh, was wird man gefunden? Nein. Ach. Ich hab nichts gefunden. Ist, äh, ist, äh, ne, ist, ne, ist nichts. So, wird die Sachen eigentlich hier schon alle eingescannt jetzt? Glaube ich ja. Weißt du es gar nicht? Ich glaube, die Sachen hab ich aufgehoben, weil du sie nicht hast. Oder es waren die Dinger, die ich doppelt hatte, die du dann noch einscannen müsstest. Nein. Gucken wir gerade mal. Kieken. Kannst du mal kieken, wahr Keule? Mhm. Ach, ne, siehst du, hab ich noch nicht. Schild können wir nicht einscannen? Ach, guck mal. Ja, siehst du, hatte ich auch noch nicht, okay? Ne, die Hälfte davon hab ich noch gar nicht. Nein. Okay, müssen wir mal in Ruhe gucken. So. Ja, das sieht schon besser aus. Gamma, ups, SGR. Hatten wir doch vorhin? Ach, ne, der... Äh, na, sag halt mir. Ja. Ja, der Dschungelplanet hier, den wir jetzt zuletzt hatten. Ja. Der hieß auch Gamma, ups, deswegen dachte ich jetzt... Ja, das stimmt, da hast du recht. Oh. Oh, da hast du schon mal Kohle. Da, 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 da. Ähm, da ist was. Na, das sieht doch nochmal aus hier. Oh, die Lutaschlampen sind wieder unterwegs hier. Ja, das... Das war ne Teerschicht, der jetzt ein Traum oder so. Oh, 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 oh. Haben wir Geräusche gemacht, wenn unsere Frauen das hier... Wenn wir die im Bett später machen würden. Ich glaube, da hinten war... Würden wir unsere Frau instant heiraten hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Nur so scheiße dunkel hier. Hm. Oh. Jetzt einfach mal beide weiter rennen. Keiner will das Werkzeug aus der Hand legen. Ist doch nicht wahr hier. So. Da oben sind wir Kohle. Zwar nicht viel ruhig. Zwar nicht viel ruhig sind wir mit. Ja die macht schon gut Schaden die Waffe. So ein bisschen ne? Ja ein bisschen. Ach wenn du wüsstest was für Waffen es später noch gibt. Ja ich habe schon gesehen. Ich habe schon ein bisschen nachgeguckt. Was? Ich hätte ja auch schon den Drachen schon angeguckt bei dem einen Amerikaner. Da hätte ich mir auch auf YouTube angeguckt. Ja. Macht man doch nicht. Doch. Da meinte ich auch extra so in einem Video. Also very hard. Ich baue dir einen Bunker und so was alles. Und da habe ich mir auch gedacht. Okay. Na. Tschöne. Na komm komm. Ja wir haben uns auch voll den Bunker gebaut weißt du. Ja natürlich Standard. Boah drei Gears haben wir schon mal da dazu gewonnen. Guck. Boah. Uff Atje. Alter. Meins. Ach schade. Ich dachte das wäre mehr. Hat mich schon gefreut hier jetzt mal so mega fette Frame Einbrüche kriegen. Ja ich habe gerade. Ich hatte gerade schon wieder nur 20. Aber nicht so schlimm wie gerade oben bei dem einen. 15 Frames geht gar nicht. Ich habe keine Wunsch. Ich war nur 20. Das war nicht so. Sgt's. Das war nicht so. Nimm das Gold auch mit. Ja, warte mal. Ich guck gerade mal. Was denn hier weitergeht. Gold. Plopp. Wie ruhig wir auf Alper sind. Keiner will mehr was sagen, damit er ja nichts übersieht. Ja, ich... Das ist doch nicht wahr, ja. Voll aufs Looten konzentriert. Ist da hinten noch irgendwas? Oh, nächster Gang. Ja, aber nimm mal alles mit, also... Lass mal alles ausleuchten hier. Ja, ja, klar. Nicht, dass da wieder Giftbrühe oder wie Lava, weißt du? Bist du in der Nähe? Ja, ich seh da gerade so nebenan, dass du da gerade am Buddeln bist. Aber ich mach hier weiter, weil hier ist nämlich auch noch alles möglich. Ich glaub das nur ganz gerne, wenn ihr die Framerate in die Knie geht. Ach, sure. Ich sorg mal ein bisschen für. Boah, alter, acht Frames. Alter, sechs Frames. Was wollte ich nicht? Alter, was hast du gemacht? Äh, nichts. Ich hab nur gegraben. Ja, alter. Alter, dick dran. Der Server läuft doch mal lokal. Ich, ne? Ne? Ich hab noch kein Micro-Server. Ach so, genau, Leute. Ich wollt mir einen Micro-Server holen, aber das kommt noch. Da muss ich ihn ein bisschen für sparen. Ja, erst hier die Hunde wässrig machen und dann nichts rausrücken, ne? Das haben wir ja gerne. Ja, ja. So, ich lass mal den ganzen Pool hier gerade ab. Ja, aber... Wir müssen unbedingt auf Diamant upgraden. Das ist... Ja. Eigentlich lächerlich hier, wie wir rumlaufen im Moment. Ja, ich... Das hab ich... Das hab ich zum Beispiel vergessen nachzugucken, auf welcher, äh... Höhe oder ob du hier irgendwo sehen kannst, wo am meisten Dias sind. Puh, keine Ahnung. Ja, weil das wollte ich mich eigentlich auch nachgeguckt haben. Mir fällt gerade was anderes ein, was ich nachgucken wollte. Ja. Hm. Müssten wir mal... Kicken gehen. Hinter, geht da tief runter. Was ist das denn? Koppel? Hivestone. Ach, wir sind vom Hive-Bewusstsein getrennt worden. Aha. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui